Crossing ist ein kniffliges, schnell gespieltes Spiel für drei bis sechs Spieler ab acht Jahren. Auf den Pilzen, die sich rund um das kleine Städtchen Crossing angesiedelt haben, wachsen schillernde Lebenssteine, die ihr einsammeln wollt. Warum? Na, weil diese Steine wertvolle Juwelen sind und nur derjenige Spieler, der am Ende des Spiels die meisten Punkte durch verschiedene Farben und Farbkombinationen erhält, das Spiel gewinnen kann. Ihr könnt die Steine von den Pilzen aus der Auslage einsammeln oder ihr bestillt eure Mitspieler, indem ihr mit dem Finger auf die Edelsteine zeigt, die ihr ergattern wollt. Wenn ihr doch lieber vorsichtig seid und schon Beute machen konntet, könnt ihr eure Beute auch sichern. Dann müsst ihr aber auch in der nächsten Runde aussetzen. Wie gewonnen, so zerronnen. Dann dürfen sich die anderen in der Folgerunde über die Steinchen hermachen, ohne dass euer Finger mit von der Partie ist. Das Lustige und Verzwickte an Crossing, alle Spieler spielen gleichzeitig. Ihr zählt gemeinsam bis drei und zeigt dann auf die Aktion, die ihr ausführen möchtet. Zeigt nur euer Finger auf ein Charakterplättchen oder auf einen Pilz, dann habt ihr Glück gehabt und ihr dürft euch die Lebenssteine nehmen und auf euer Charakterplättchen legen. Hier ist Ärgern, Grübeln und Lachen vorprogrammiert und das alles in nur 15 Minuten. Deshalb steht dieses Sammelspiel bei meinen Spieleabenden immer ganz nah am Tisch. Viel Spaß bei Crossing, eure Kaddi.